Genau, ja, und damit bin ich im Prinzip auch schon am Ende der Vorrede. Mein Name ist Peter Paulus, ich bin seit dreieinhalb Jahren im Europäischen Parlament und werde morgen früh tatsächlich schon wieder in ein Flugzeug steigen. Ich fliege dieses Jahr mehr als in den letzten 20 Jahren zusammengenommen und nach Montreal fliegen, wo gerade die Biodiversitätskonferenz läuft, wo wir uns alle ein starkes, ein bindendes Abkommen erhoffen, mit dem wir das Artensterben zumindest abbremsen können, von Aufhalten kann, glaube ich, keine Rede mehr sein. Und Professor Glaubrecht hat das auch sehr ausführlich und sehr gut verständlich dargelegt in seinem Sachbuch, das Ende der Evolution der Menschen und die Vernichtung der Arten. Es ist keine leichte Lektüre, ich sage es gleich, aber wer viel darüber erfahren möchte, dem oder der sei es ans Herz gelegt. Aber jetzt die Bühne an Professor Glaubrecht. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank, Frau Paulus, für die freundliche Einführung, für die Einladung hierher. Wir haben das vorhin ja schon mal getestet. Mal gucken, ob es jetzt auch geht. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. Sie müssten jetzt, wenn Sie mir da ein kurzes Signal geben, die Folien sehen, die Foliensortierung. Und jetzt... Ja, alles klappt. Super. Perfekt. Dankeschön. Das sieht düster aus, so wie das Cover des Buches. Aber ich kann versprechen, ich werde das beenden mit hoffnungsvollem Ausblick, so hoffe ich jedenfalls. Und inzwischen ist es auch, glaube ich, allein schon dadurch, dass wir über viele der Ziele, die, als ich das Buch geschrieben habe, noch wissenschaftliche Absichtserklärungen oder wissenschaftliche Erkenntnisse waren, die man in der Politik umsetzen sollte. Heute reden wir darüber auf großen Konferenzen. Insofern muss man sagen, haben wir eigentlich in den letzten Jahren durchaus schon einen Fortschritt gemacht. Ich werde jetzt auch versuchen, mich sehr kurz zu fassen. Das Buch hat tatsächlich tausend Seiten, von denen man, wenn man die Fußnoten und die Literatur nicht berücksichtigt, sich durch 800 hindurchgraben müsste. Wir versuchen das jetzt mal in ungefähr zehn Minuten mit den wichtigsten Fakten, die ich vielleicht als Grundlage für unser Gespräch hier kurz präsentieren möchte. Was für viele Leute überraschend ist, ist, dass wir mit unseren Augenblickskrisen immer so ein bisschen außer Augen verlieren, welches eigentlich die großen Wellen sind, die da an unsere Küsten schwappen. Und diese Augenblickskrisen, ob das jetzt Covid-19 ist, wo wir dann denken, wenn wir unsere Hände waschen, dann wird schon alles gut werden. Oder eben sehr lange auch denken, wir müssen das Klima in den Griff bekommen. Ja, das müssen wir auch. Aber es gibt in meiner Sicht noch eine viel größere Welle. Das sehen Sie hier. Das ist diese Biodiversitätskrise, das Artensterben. Und ich würde gerne versuchen, ein bisschen zu beleuchten, warum ich denke, dass dieses Bild, diese Karikatur hier etwas ist, was wir durchaus als Wissenschaftler auch nicht nur behaupten, sondern auch einlösen können. Denn wir sind inzwischen, deswegen wollen wir hier auch dieses Naturkundemuseum in Hamburg, für das ich verantwortlich bin, neu bauen und in Hamburg Evolutionärum nennen. Wir sind als Mensch inzwischen, das vergegenwärtigen wir uns zu wenig, der entscheidende Evolutionsfaktor auf der Erde geworden. Wir haben eben nicht nur die Geosphäre sozusagen in unserer Mangel, indem wir Kohlendioxid und andere Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen, sondern wir haben auch uns die Erde insofern untergetan, das sehen Sie hier an den Populationszentren von Nordamerika über Mitteleuropa bis nach Ostasien. Sie sehen, wie sehr wir durch unsere Lichtspuren allein sichtbar einen ökologischen Fußabdruck auf der Erde hinterlassen. Wir beherrschen die Biosphäre und das tun wir inzwischen so, dass wir durch unsere eigenen Produkte, also das, was wir als anthropogene Masse bezeichnen, das ist das, was Sie hier mit diesen Blautönen, die dann so in Rot und Gelb übergehen, dargestellt sehen. Das sind die Metalle, Asphalt, die Ziegelsteine, Beton und so weiter. Diese von uns hergestellten Materialien haben rund um das Jahr 2020 plus minus sechs Jahre, wir wollen uns da nicht genau festlegen, haben sie das Äquivalent an Gewicht, an Masse erreicht, wie die gesamte durch Pflanzen und Tiere produzierte Biomasse der Erde. Das heißt, allein das zeigt schon eindrücklich, wie stark wir in die Biosphäre eingreifen, dass wir auf der Erde sozusagen menschengemachte Produkte haben, die so viel sind, wie alles das, was die Vegetation und die Tiere produzieren. Und das führt zum Beispiel dazu, hier für den IB-Best, das ist der Weltbiodiversitätsrat, vergleichbar dem Weltklimarat, hier dargestellt die Warnung, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bis zu einer Million Tierarten verlieren werden, dass sie vom Aussterben bedroht sind, so wie die, die hier schon in Rot dargestellt sind. Und Sie sehen, in einigen Tiergruppen sind das schon 10, 20, bei den Palmpfaren eben auch schon 40 bis 50 Prozent der Palmpfarenarten, die vom Aussterben bedroht sind. Sie sehen auch, dass das in vielen Bereichen noch sehr grün ist, dass wir aber auch eine große Dunkelziffer, also Grautöne haben, für die wir eigentlich gar nicht genug Daten haben. Aber Sie sehen auch, das geht durch die Bank, durch alle Tier- und Pflanzengruppen hindurch. Wir können das noch sehr viel genauer beziffern, aber wir können das nur beziffern, und das sehen Sie auch in der linken Spalte über die Zahl, wir können das sehr genau beziffern oder versuchen, genauer zu beziffern für die ungefähr zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten, die wir bisher in der biologischen Systematik wissenschaftlich beschrieben haben. Wir erwarten aber durch Hochrechnungen, wie man das macht und so, das ist alles sehr kompliziert, lasse ich hier weg, aber das Ergebnis ist, wir gehen davon aus, dass wir belastbar acht bis neun Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde haben. Von denen, von denen wir genauer etwas wissen, sind nur ein Viertel, und auch die werden nur zu einem Teil überhaupt mit Daten genau verfolgbar sein. Aber da, wo wir es wissen, da wissen wir, dass wir einen nicht unerheblichen Teil dieser Arten verlieren. Und jetzt könnten Sie argumentieren, naja, aber was erzählst du uns da, du bist doch Evolutionsbiologe, das gab es doch in der Erdgeschichte immer schon. Und eines der Irrtümer der Evolutionsbiologie oder verbunden mit diesem Ende der Evolution ist, dass man sagt, es gibt doch kein Ende der Evolution, was stimmt, aber ein Ende der Evolutionsprodukte, mit denen wir heute sozusagen groß geworden sind, als Art Homo sapiens. Und natürlich gibt es die Aussage, es gab das immer schon, es ist menschengemacht, und wir wissen, das sehen Sie an diesen Einschnitten, es gibt wenigstens diese sechs großen Massensterben. Das letzte am Ende des Erdmittelalters, beim Aussterben der Dinosaurier, sind 70 bis 80 Prozent der Arten verschwunden. Und dann sehen Sie auch, wie lange es gedauert hat, nämlich fünf, zehn Millionen Jahre, bis überhaupt wieder etwas entstanden ist, was in der Masse, in der Quantität, diese Biodiversität, die verloren gegangen ist, sozusagen wieder ausgeglichen hat. Das heißt, wenn wir Arten verlieren, dann ist das ein natürlicher Vorgang durch solche Massensterben, aber es dauert dann auch fünf, zehn Millionen Jahre oder länger, bis sich die Tier- und Pflanzenwelt von solchen Massensterben wieder erholt. Und neben diesem Vorurteil, dass das also Menschen, dass es natürlich ist, kann ich hier sagen, ich werde Ihnen zeigen, das, was wir heute haben, das sogenannte sechste Massensterben, eigentlich ist es das siebte, aber das spielt hier keine Rolle, ist ein menschengemachtes Massensterben, hat nichts mit natürlichen Vorgängen zu tun. Genauso wenig, wie die Aussage richtig ist, dass Arten aussterben, die sich nicht anpassen. Das sind also die, die sozusagen Pech gehabt haben, die bestraft die Evolution. Die Tiere und Pflanzen, die wir heute verlieren, die verlieren wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die haben gar keine Chance, sich in einem Evolutionsprozess überhaupt anzupassen. Und ich hatte es schon angedeutet, eines der Irrtümer ist auch da, wo Arten aussterben, da entstehen auch immer wieder neue. Wir denken daran, die Dinosaurier sind verschwunden und dann hatten wir Säugetiere eine Chance. Das stimmt, aber auch hier muss man die Skalen wieder berücksichtigen. Und ich hatte schon gesagt, nach den Dinosauriern hat es 15 Millionen Jahre gedauert, bis ins Eocene, bis Arten wieder da waren. Was wir hier haben, dieses sechste Artensterben, dieses augenblickliche Massensterben, ist ein Artensterben, das menschengemacht ist und das nichts mit natürlichen Vorgängen zu tun hat. Und verantwortlich ist nicht nur der Mensch an sich, sondern natürlich eine Zahl, die besonders eigentlich furchterregend ist. Das ist das Faktum, dass wir seit November, also seit letztem Monat, acht Milliarden Menschen auf der Erde sind. Und wir wissen spätestens seitdem eine Physikerin, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland war, Angela Merkel, uns das erklärt hat, da wissen spätestens seitdem alle, dass man so eine Kurve eigentlich als exponentielles Wachstum darlegen muss. Und zwar, weil zum Beispiel, als ich geboren wurde, es ungefähr drei Milliarden Menschen gab. In unserer, in meiner Generation sind wir exponentiell auf acht Milliarden Menschen angestiegen. Und die Vorhersagen, das kennen Sie aus der Klimaforschung inzwischen, die Vorhersagen, die wir haben, auch den besten Zahlen der UNO, die wir zur Verfügung haben, die sind an vielen Stellen kritisch zu sehen, aber das sind die besten Zahlen, die verfügbar sind. Und die Prognosen spanken zwischen sieben und siebzehn Milliarden Menschen bis zum Ende des Jahrhunderts, was sich niemand vorstellen kann. Aber die mittlere Prognose ist, dass es erst mal noch mehr werden, dass es zwei bis drei Milliarden Menschen mehr werden könnten, also knapp zehn oder elf Milliarden. Das darf man sich so ein bisschen wie einen Supertanker vorstellen. Wir wissen zwar, dass die Geburtenrate pro Frau seit Jahren auch in den Regionen, wie zum Beispiel in Afrika, in Asien, deutlich zurückgeht. Aber wir sehen, wie beim Supertanker, dass trotz abnehmender Geburterrate, die Kinder sterben ja nicht gleich, sondern sie werden sehr, sehr viel älter. Sie haben selber Kinder, dass diese Geburtenrate erst mal ansteigen wird und dann erst allmählich abflacht. Wir werden sehr wahrscheinlich auf alle Fälle zehn, vielleicht sogar elf Milliarden Menschen erreichen. Und Sie sehen das unten links. Das wird eben nicht in Europa sein. Da wird sich kaum etwas tun. Es wird in Asien durchlaufen. Da geht es noch ein bisschen höher. Und dann nehmen die Zahlen wieder ab. Es wird vor allen Dingen vor unserem eigenen, unserer eigenen Haustür passieren. In Afrika wird sich die Population verdoppeln und Afrika, afrikanische Länder werden die bevölkerungsreichsten Länder werden. Indien wird China ablösen und dann werden es Nigeria, Kamerun, andere Länder sein, die die asiatischen Länder ablösen. Und wenn wir angucken, welche Auswirkungen diese steigende Bevölkerungszahl hat durch dieses exponentielle Wachstum, dann können Sie, egal welchen Parameter Sie nehmen, hier sind ganz viele aufgeschrieben. Das kann man überall dasselbe Muster erkennen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts steigt das Bruttoinlandsprodukt, der Wasserverbrauch, die Telekommunikation. Und Sie können, neben welchen Parameter Sie wollen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt das alles sehr, sehr stark zu. Wir sehen das heute als Signaturen der Menschenzeit, des Anthropozäns. Und was wir bisher übersehen haben, ist die Tatsache, dass eine Signatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch das Aussterben der Arten ist. Und zwar sehen Sie das hier, das steigt für die Wirbeltiere an. Und die Wirbeltiere, wie zum Beispiel die Amphibien, die Fische, die Säugetiere, die Vögel, da haben wir konkretere Zahlen. Und da können wir sehen, dass ein Viertel, manchmal auch schon 40 Prozent bei den Amphibien der Arten vom Aussterben bedroht sind. Das heißt, ein Großteil dieser Arten verschwindet. Es verschwinden aber nicht sämtliche Arten und sind gleich ausgestorben. Sondern das größere Problem versuche ich hier an einem Beispiel deutlich zu machen. Der Tiger wird, da kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen, in absehbarer Zeit niemals auf einer Liste ausgestorbener Tierarten auftauchen. Und zwar deswegen, weil wir alles tun werden, ihn durch Erhaltungszucht vom Aussterben zu bewahren. Aber faktisch sehen Sie, wie dieses riesige Verbreitungsgebiet in Asien, in dem er mal vorkam, auch Fragmente zusammengeschrumpft ist, immer kleinere Populationen entstanden sind. Sie sehen Malaysia, Vietnam, Bangladesch. In vielen dieser Regionen gibt es nur noch Schrumpfpopulationen, wenn sie überhaupt noch existieren. Die größte zusammenhängende Population in Indien zählt noch ungefähr 3000 Tiere. Maximal gehen wir von 3900 bis 4100 Tigern im Freiland aus. Und in amerikanischen Privathaushalten leben mehr Tiger als im Freiland. Wir reden also nicht über das Aussterben von Arten nur, sondern wir reden auch über das Schrumpfen von Arten. Das heißt, der Populationen, die einfach verschwinden. Und das haben wir bisher viel zu wenig beachtet. Deswegen ist diese Zahl von einer Million Tierarten überhaupt gar nicht übertrieben. Was Sie hier sehen, sind nicht vom Aussterben bedrohte Arten, sondern das sind Arten, die von der IUSN, das ist die Organisation, die Rote Liste Arten führt, überhaupt erfasst werden. Und Sie sehen, dass wir in diesem Jahr bei ganz großer Anstrengung 160.000 Arten Monitoren überwachen. Für die haben wir überhaupt Zahlen. Das sind weniger als ein Zehntel aller beschriebenen Arten, wenn wir von zwei Millionen ausgehen. Das ist ein Bruchteil dessen, was es an Arten überhaupt gibt. Soll heißen, unser Fokus auf ausgestorbene oder auf von Aussterben bedrohte Arten ist insofern irreführend, was die Dynamik und Dramatik des Artensterbens angeht, weil sie uns ein falsches Bild liefert. Und das sehen Sie hier nochmal. Wenn Sie auf der linken Seite die Zahl der beschriebenen Arten sich vor Augen führen, das sind die Insekten, das sind Weichtiere wie Schnecken, Muscheln, andere Tiere, dann sehen Sie, das sind die Zahlen, da stecken die Arten tatsächlich drin. Auf der rechten Seite sehen Sie den Anteil der Arten, die durch die rote Liste erfasst werden. Das sind aber die in blau, die wir bei den roten Listen haben. Das sind aber die, wo es eigentlich vergleichsweise wenig beschriebene Arten gibt. Wir reden über 5.000, 6.000 Säugetierarten, 11.000 Vogelarten. Aber wir reden eben über 120.000 Weichtierarten, Schnecken und so weiter. Das heißt, wir fokussieren eigentlich auf das befiederte, befällte Vieh, aber eben leider nicht auf die Arten, in denen wirklich die großen Artenzahlen stecken. Und deswegen waren wir so überrascht, als es diese berühmte Krefelder Studie dann gab. Die war insofern nicht überraschend. Die ist 2017 veröffentlicht. Sie sehen hier eine Arbeit von 2014. Es ist die Warnung, dass wir einen Großteil der Insekten verlieren. Und tatsächlich haben wir nachweislich in den letzten Jahrzehnten ungefähr 70, 80 Prozent der Fluginsekten verloren. Und wir können relativ gut den Zusammenhang zeigen zwischen der Intensivierung unserer Landwirtschaft. Die reduziert nämlich die Hälfte der Arten bei Insekten und ungefähr ein Drittel der Arten zahlen. Und zwar, je intensiver wir Landwirtschaft betreiben, weltweit, desto weniger Arten oder häufig gibt es diese Arten noch. Das heißt, der Zusammenhang ist relativ deutlich. Man kann ihn auch an anderen Stellen sehen. Wir wissen alle, wie bedeutend die Stäuber sind. Sie sehen, von robuster Kaffee angefangen bis zu Raps, Äpfeln und vielen anderen unserem Obst brauchen wir eigentlich diese Stäuber. Das ist eine Ökosystemdienstleistung, die bekommen wir unentgeltlich. In Europa sind es 15 Milliarden Euro, die dabei sozusagen von Bestäubern erwirtschaftet werden. Wenn wir dieses Äquivalent selber aufbringen müssten und alle Bestäuber weltweit ersetzen müssten, dann reden wir hier über ein Äquivalent von 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Wir verlieren also diese Insekten und damit verlieren wir natürlich auch einen Großteil der Arten, wie zum Beispiel Vögel, hier für Europa dargestellt, ein Rückgang um etwa 50 Prozent. Nicht Arten, sondern Individuen. Das heißt, auch hier wieder die Masse der Tiere, Rebhühner zum Beispiel, Kiebitz, Feldgleiche. Da haben wir Bestandseinbrüche in Europa von 70 bis 80 oder 90 Prozent. Für USA und Kanada, und das wäre eigentlich so eine Grafik, die man mit nach Montreal nehmen müsste. Für die USA können wir sagen, dass über die Radardaten, die man aus Nordamerika hat, wir nachweisen können, dass bei untersuchten 500 Vogelarten seit 1970 etwa 30 Prozent verschwunden sind. Das heißt, wir haben hier, das übersetzt sich in drei Milliarden Vögel, die verschwunden sind. Wenn wir jetzt fragen, wo kommt das eigentlich her, dann sagen viele Leute, ja, der Klimawandel ist das. Der Klimawandel ist das, was Sie hier ganz rechts im Gelb dargestellt sehen. Und wir können eigentlich sagen, überall auf der Welt, egal wo Sie jetzt im Einzelnen genau hingucken, ob das die neue Welt ist, die alte Welt ist, ob das die Afrotropes ist oder Indowest-Pazifik, aber mit einigen Einschränkungen, können wir sagen, der rote Balken überwiegt, egal welche Region und welche Tiergruppe. Und dieser rote Balken ist der Verlust des Lebensraums. Es ist das, was euphemistisch Lebensraumänderung genannt wird. Und Sie sehen, das hat eigentlich dieses Artensterben, der Artenschwund, hat verdammt wenig mit dem Klimawandel an sich zu tun. Eine Ausnahme sind natürlich die Fische oder die Korallen, die hier nicht aufgeführt sind, im Indowest-Pazifik, wo Meeresspiegel-Temperaturerhöhung vor allen Dingen eine Auswirkung hat. Aber ansonsten nochmal, der Haupttreiber des Artensterbens ist nicht das Klima und nicht der Klimawandel, ist auch nicht die Umweltverschmutzung, auch nicht mal die Wilderei oder die direkte Ausbeutung, sondern es ist die Landnutzung. Das sehen wir natürlich, wenn wir in Gruppen gucken, die in Lebensräumen leben, die massiv verloren gehen, das gehen sie seit Jahrzehnten. Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass wir ein Drittel der Regenwälder allein in den letzten zwei Jahrzehnten verloren haben. Sie können das in Brasilien sehen. Da haben wir eine Trendumkehr bedauerlicherweise, nachdem es in ein erfreuliches Tal gegangen ist, 2012. Relativ wenig Regenwälder, die seitdem verloren gegangen sind. Und dann gingen die Zahlen wieder nach oben. Und wir wissen, dass heute wieder ungefähr in der Größenordnung von 10.000, 11.000 Quadratkilometern Regenwald verloren gehen. Nicht nur in Brasilien. Hier Bilder der letzten 50 Jahre für Borneo. Der gesamte Flachland-Regenwald in Borneo ist verschwunden in Indonesien. Und in dieser Region, in Indonesien, kann man sehen, das, was Brasilien sozusagen in dieser Zeit, in den ersten zwei Jahrzehnten an Waldverlusten eingespart hatte, sozusagen, das hat Indonesien wieder draufgelegt. Das heißt, hier hat der Waldverlust enorm zugenommen. Und wir haben immer Brasilien im Blick, aber gar nicht so sehr Indonesien. Und was da passiert, das haben wir aber alle schon gesehen. Hier wird ein Großteil der Landesoberfläche von Malaysia, von Indonesien, zunehmend in Ölpalmplantagen durch unsere Konsumeigenschaften und Angewohnheiten umgewandelt. Sie kennen das, 100 Produkte in Ihrem Einkaufskorb von Kosmetika bis hin zu Nutella haben eben große Anteile von Palmöl. Und diese Plantagen haben in den letzten zwei, drei Jahrzehnten an Quadratmetern in ungeheurem Ausmaß zugenommen. Was das bedeutet, kann man an Singapur sehen. Hier in Singapur in den letzten 200 Jahren, erst durch Plantagenanbau, dann durch die Urbanisierung. Heute eine der am dichtesten besiedelten städtischen Zentren, hat Verluste der natürlichen Vegetation und vor allen Dingen der Arten in der Größenordnung von 70 bis 80 Prozent. Wenn man das extrapoliert, also hochrechnet auf ganz Südostasien, würde das bedeuten, dass wir die Hälfte der Tiere und Pflanzen in Südostasien verlieren, wenn wir ähnlich gigantische Waldverluste haben, wie sich das in Singapur in den letzten 200 Jahren nachweisen lässt und wie es sich in vielen anderen Erdregionen leider eben jetzt auch in Südostasien andeutet. Das hat unmittelbare Konsequenzen, auch für unsere eigene Gesundheit. Es ist nicht nur unsere Ernährung, sondern es ist auch unsere Gesundheit, die unmittelbar davon abhängig ist. Wir können sehr, sehr gut inzwischen nachweisen, dass das, was in Wuhan passiert ist, SARS-CoV-2, die Corona-Pandemie, die dort entstanden ist, ihren Ursprung eben nicht in Wuhan hat, in einem städtischen Populationszentrum, sondern dass es Viren sind, die immer stärker in unseren Kontakt miteinander mit den Menschen kommen, die es aber natürlicherweise in Fledermäusen in ganz Südostasien gibt. Es hat auch nichts mit dem Pangolin zu tun. Der Pangolin, dem wurde das buchstäblich unter die Schuppen geschoben, ist ein Fehlwirt, der mit der eigentlichen Pandemie sehr wenig zu tun hat, sondern der entscheidende Faktor ist, dass die Tiere hier immer mehr ihren Lebensraum verlieren und dass wir immer mehr in Kontakt mit diesen Tieren kommen, dass sie durch Wilderei, durch die Wildmärkte eben dafür sorgen, dass wir sie auch in der menschlichen Population immer mehr verbreiten können. Und wir können das sehr gut nachweisen, dass das auch nicht allein ein Problem Chinas ist, dass die also nicht in China, auch wenn die Pandemie da aufgetreten ist, nicht wirklich aus China stammt, sondern diese Fledermäuse, das sehen Sie hier, die finden sich eben nur zufällig in den Pangolin. Sie finden sich, Sie sehen das an den hohen Prozentsätzen, 96 Prozent, die, die am dichtesten mit dem menschlichen Virus verwandt sind, stammen aus laotischen Fledermäusen. Das heißt, hier haben wir in Südostasien das Problem, überall da, wo Wald verloren geht, bringen wir die Ökologie dieser Lebensräume durcheinander und wir setzen dann Viren frei, die auch für uns gefährlich sind und unsere Gesundheit bedrohen können. Das heißt, diese Tierwelt, diese Biodiversität, die ist in vielerlei Hinsicht unsere Lebensversicherung. Aber ich wollte ja mit einer freundlichen Nachricht sozusagen enden, damit das Ganze nicht so düster ist. Was können wir lernen? Wir können eine Sache von der Klimaforschung lernen, nämlich, dass sie hochkomplexe Zusammenhänge in eine einfache Formel gepresst haben. Wir haben alle verstanden, wir haben schon 1,2 Grad Celsius, Wir haben alle verstanden, dass wir nicht wärmer werden dürfen als 1,5 oder 2 Grad insgesamt auf der Erdoberfläche. Hochkomplexe Dinge, die wir in eine einfache Formel pressen. Genau das und noch hochkomplexer sind ökologische, biologische Zusammenhänge. Genau das fehlt uns, diese Formel fehlt uns eigentlich bisher beim Abwenden der Biodiversitätskrise. Und deswegen ist es ein erklärtes Ziel, nicht mit irgendwelchen Aussterberaten zu operieren, wie das einige meiner Kollegen sehr lange betrieben haben, auch nicht mit Rote Liste Arten zu arbeiten, die geben, wie dargestellt, kein richtiges Bild abliefern, sondern zu sagen, wenn der Haupttreiber des Artensterbens, des Artenschwundes, wenn der Haupttreiber der Lebensraumverlust ist, dann müssen wir genau diesen Lebensraum auch schützen. Und wir schützen bisher 15, inzwischen dürften es 17 Prozent weltweit sein an Land und 7 oder 8 Prozent in den Ozeanen. Und jetzt ist die an sich erst mal utopisch klingende Formel 30-30. Auf der Grundlage einer sehr genauen wissenschaftlichen Analyse von 850 terrestrischen Ökoregionen der Erde schlagen Forscher um Erdienerstein vor, bis zum Jahre 2030 30 Prozent der Erdoberfläche unter Naturschutz zu stellen. Und einige gehen noch weiter und sagen, wir müssen bis Mitte des Jahrhunderts erreicht haben, dass wir 50 Prozent unserer Erde tatsächlich schützen, dass wir sie renaturieren, dass wir einen besseren Flächenschutz jedenfalls herstellen. Das mag utopisch klingen und utopisch aussehen, aber wenn Sie sehen, dass wir jetzt ungefähr, das ist das Grün, die grünen Regionen, dass wir diese als wenigstens auf dem Papier, also als Paperparks, als Schutzgebiete ausgewiesen haben. Wenn Sie sehen, dass wir dann eine Hälfte der Erde haben, die wir selber nutzen durch unsere Siedlungen, für unsere Landwirtschaft, dann sehen Sie, dass es aber auch noch Regionen der Erde gibt. Das sind zwar auch boreale Regionen, also die, die nicht durch besonders große Artenvielfalt hervorstechen, dass es aber auch Regionen gibt, die wir tatsächlich schützen können und damit Wildnisgebiete haben, in denen es sich lohnt, Flächen tatsächlich auszuweisen für diesen großen Artenschutz. Genau genommen, und meine Empfehlung ist ganz zum Schluss, dass unter www.global-safety-netz sich dieses globale Sicherheitsnetz der Erde noch mal genauer anzusehen. Sie können sehen, dass wie die Schichten einer Lasagne sich hier bereits bestehende Schutzgebiete oder Flächen, die besonders seltene Arten haben, Artengemeinschaften, dass die wie die Teichschichten einer Lasagne übereinander gelagert tatsächlich die Möglichkeit bieten, wenn wir es schaffen, die Flächen zu verdoppeln, gerade in den biodiversitätsreichen Regionen, dass es dann gelingen kann, 70 bis 80 Prozent der Erde zu schützen. So sieht unsere Erde und unsere Vegetationszone heute aus mit den Populationszentren des Menschen. Und so könnte sie aussehen, wenn es uns gelingt, 30 Prozent dieser Erde wieder zu renaturieren, diese Schutzgebiete zu erhalten. Wir erhalten unsere Populationszentren, aber wir schaffen es auch andere Regionen und eben nicht exklusive Wildnisregionen, sondern von Menschen sinnvoll genutzte Regionen, in denen wir auch Ackerbau und Landwirtschaft betreiben, aber in einer Art und Weise, die nicht tödlich und vernichtend für die Artenvielfalt ist. Das wollte ich Ihnen ganz kurz skizzieren, bis wir in das Gespräch gehen. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Geduld. Und ich würde meine Freigabe stoppen und Frau Paulus, das Wort wieder an Sie geben. Ja, ganz herzlichen Dank, die Rache des Pangolin. Ich habe es sofort aufgeschrieben, das habe ich nämlich noch nicht. Ja, das ist auch erst vor einer Woche erschienen. Ah, das erklärt es. Das ist sozusagen die, das ist sozusagen, ich will nicht sagen die Fortsetzung, aber es ist der Corona-Pausen-bedingte, die Weiterentwicklung eigentlich dessen, es ist der Lebensraumverlust, den wir an ganz vielen anderen Stellen sehen. Und es ist hier der Blick auf Zoonosen, die eigentlich unsere Weltgeschichte, die Weltpolitik viel mehr bestimmt haben, als wir denken. Und man kann nachweisen, dass auch bei historischen, bei historischen Pandemien es Weltereignisse sind, aber immer Zoonosen gewesen sind. Das heißt, Corona ist insofern nichts Besonderes, weil alle diese Zoonosen haben immer Wendemarken in der Weltgeschichte eigentlich bedeutet. Also wir könnten auch sagen, nichts Neues, aber wir lernen daraus auch, immer wenn der Mensch anfängt, seine Lebensweise und die Lebensräume zu verändern, dann endet er auch mit Pandemien. Das muss uns eine Warnung auch für die Zukunft sein. Ja, da habe ich das Buch von Karl Harper zugelesen, der also auch den Untergang des Römischen Reichs mit Pandemien und aber auch Klimaveränderungen zusammenbringt. Das war eine ganz wichtige Quelle. Und man kann es in den historischen Quellen sehen, die attische Seuche, gerade die justizianische Pest, aber dann im Mittelalter auch. Wir haben immer gedacht, weil wir so einen Europablick haben, 1347 kommt das vom Schwarzmeer dann nach Europa. Es ist schon 100 Jahre vorher in Asien unterwegs gewesen und heute erst durch das Quellenstudium asiatischer Texte wissen wir, diese Pest-Pandemie gab es schon vorher. Aber es ist durch die Änderung der Lebensweise des Menschen ausgelöst worden. Also tatsächlich so wie heute. Wenn wir in die Lebensräume der Tiere eindringen, ernten wir Pandemien. Das müssen wir versuchen, in den Griff zu bekommen. Ja, da hat ja auch der IPS einen bahnbrechenden Workshop-Bericht eigentlich abgeliefert. Relativ kurz sogar, nachdem Corona eben seinen Siegeszug rund um die Welt angetreten hat. Und es ist aber so ein bisschen sang- und klanglos untergegangen. Also ich versuche das natürlich auch immer wieder, sei es in den Ausschusssitzungen oder auch bei persönlichen Gesprächen, immer wieder deutlich zu machen. Ich bin ja auch Koordinatorin für unsere Fraktion im Sonderausschuss Covid. Also das Europäische Parlament hat einen Sonderausschuss Covid. Welche Lehren ziehen wir aus der Pandemie? Geht natürlich in mehrere Aspekte. Also Gesundheit, aber auch Demokratieeinschränkungen, wirtschaftliche Folgen und so weiter. Wie können wir das nächste Mal besser vorbereitet sein? Und dieser Ansatz One Health, also man muss quasi die Gesundheit der Menschen, der Tiere und der Umwelt zusammendenken. Sie glauben nicht, was für Schwierigkeiten ich habe, das überhaupt auf die Agenda setzen zu lassen. Ja, das wundert mich, weil ich finde, das ist natürlich überzeugend. Viele Menschen, denen muss man ja vorrechnen, und das fangen ja die Ökonomen inzwischen auch an. Viele Leute muss man ja nur vorrechnen, was kostet uns das Ganze eigentlich? Und es kostet uns letztendlich ein Bruchteil weniger, als das, was wir jetzt ausgeben mussten, um wenigstens die Spitzen dieser katastrophalen wirtschaftlichen Folgen abzupuffern. Und man hätte natürlich viel, viel besser dieses Geld mit dem Blick vorher investieren können. Jetzt kann man sagen, ja, du kannst es vorher nicht ausgeben, du wusstest ja nicht, was passiert. Doch natürlich wussten wir das. Nicht nur... 2012 gab ja den Bericht. Ja, es gab 2012 den Bericht, aber wir haben eigentlich auch verpennt, jedenfalls in Europa, nicht Singapur und Taiwan, aber die hatten SARS 2003, 2004. Eigentlich waren wir gewarnt, was passieren würde, wenn so ein die oberen Atemwege befallendes Virus sich relativ schnell ausbreitet. Das war eine Warnung. Deswegen ist Singapur und Taiwan ja in der ersten Reaktion auch sehr, sehr gut damit umgegangen. Viel besser, als das andere Länder gemacht haben. In den USA zum Beispiel. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin Ende Februar 2020, ja, da war New York längst infiziert. Zwei Wochen später ging da gar nichts mehr. Da hat man das dicht gemacht. Sind wir noch in den USA unterwegs gewesen? Wir haben alle nicht so richtig geahnt, wie weit dieses Virus eigentlich schon vorgedrungen ist, bevor wir das dann alle in den Nachrichten sehen, weil die Intensivplatzbetten nicht mehr ausreichen. Aber wir waren natürlich gewarnt durch SARS, durch MERS, aber auch durch den Bericht. Aber keiner hat so richtig darauf reagiert. Aber wir wissen heute, dass wir ein Zehntel des Geldes in die Hand nehmen müssten, um zum Beispiel Wilderei oder die Wildtiermärkte. Das betrifft die Buschmietmärkte in Afrika genauso wie diese für uns exotischen Märkte in Asien, bei denen aber eben die kulinarischen Gelüste asiatischer Weltanschauung und Weltstandards eben gelegt werden. Wir müssen diese Märkte tatsächlich verbieten, weil sie ein Seuchenherd sind. Und wir leisten uns Massentierhaltung. Das ist das zweite große Problem. Ich war erschüttert zu sehen, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass man in Dänemark und in Holland ja in der Größenordnung von 15 bis 20 Millionen Tiere gekeult hat. Als dann die Gefahr bestand, dass es eine reverse Zoonose gibt, also von Menschen auf die Nerze, in den Farmen überspringende Tiere, die dann wieder mutierende Viren an den Menschen abgeben konnte. Und daraufhin hat man in Dänemark und in Holland diese riesen Pelztierfarm geschlossen. Jetzt hat Dänemark beschlossen, es doch wieder zu versuchen und zu öffnen. Also diese Nutztiermassenhaltung, Das ist etwas, was uns eben Sorgen machen sollte. Die spanische Grippe ist natürlich durch Geflügelhaltung und durch Schweinehaltung vorangekommen. Das Nipah-Virus wird genauso von Fledermäusen auf Schweine übertragen. Also wir haben zwei große Ansatzpunkte, Wildtiermärkte, Wilderei und Nutztierhaltung, wo wir durch bessere Überwachung, Abschaffung dieser Gefahren, Gefahrenquellen mit relativ wenig Geld viel, viel mehr ausrichten könnten als das Geld, was man in die Hand nehmen muss. Und ich glaube, das könnte ein Argument sein für die Politik zu sagen, ja, wenn mich das so viel Geld kostet, warum mache ich das nicht? Und letztendlich machen wir ja in der Medizinvorsorge ja auch nichts anderes. Wir versuchen ja auch mit Appellen, Gesundheitsprogrammen, viel Aufklärung, den Herzinfarkt im Vorfeld prophylaktisch zu verhindern und nicht erst die Sanitätsbedingungen von Herzinfarkt-Patienten zu verbessern. Also hier ist ein ganz alter Weg, die Prophylaxe. Das sollten wir auch bei der Gesundheitsvorsorge, was Pandemien angeht, machen. Und da spielen eben, wie gesagt, die Lebensräume und die Märkte eine ganz, ganz große Rolle. Ja, aber Sie haben das schon richtig beschrieben. Es ist einfach sehr, sehr wenig bekannt. Ich kann mich also auch erinnern, dass ein Kollege aus einer anderen Fraktion im Umweltausschuss, als uns eben diese Ergebnisse auch vorgestellt wurden, gesagt hat, ja, wie, wenn da so viele Viren draußen lauern, die sollten wir natürlich alle bekämpfen und vernichten und nicht irgendwie die Lebensräume schützen. Also der hat das genau andersrum aufgefasst. Ich hatte in dem Zusammenhang auch, das war, das muss 2020 gewesen sein, hatte ich ein Webinar mit Professor Settele und Professor Sommer von der Uni Ulm, die ja sehr viel eben genau zu Fledermausviren auch forscht. Also wer das nochmal nachschauen möchte, alle Webinare, die ich jemals gemacht habe, kann man auf meiner Website finden. Und das lohnt sich in diesem Zusammenhang natürlich ganz besonders. Was ich ganz interessant finde, ist die Darstellung, die Sie uns gerade gegeben haben, dass Sie gesagt haben, man muss das Ziel eigentlich an die Treiber anlehnen. Denn dass die Landnutzungsänderung ein Treiber für Biodiversitätsverlust ist, ist, glaube ich, mittlerweile tatsächlich unbestritten. Und das spart uns ganz viele Diskussionen, weil wir hören immer wieder, jetzt auch aktuell, ich verhandle ja das Renaturierungsgesetz auf europäischer Ebene mit, hören wir immer wieder, ja, wir brauchen erst bessere Daten. Nee, brauchen wir nicht, weil bessere Daten zu erheben, kostet uns Zeit. Und davon haben wir wirklich am aller, aller, allerwenigsten. Und auch, was ich ganz toll fand, was ich sehr gerne verwende, die Kommission muss ja für jeden Gesetzesvorschlag, den sie vorlegt, ein sogenanntes Impact Assessment machen, also eine Folgenabschätzung. Und in dieser Folgenabschätzung hat sie mal eine Auswertung gemacht von diversen Studien, die so unterwegs sind. Was ist eigentlich der ökonomische Nutzen, also der wirtschaftliche Nutzen von Renaturierungsmaßnahmen? Und Renaturierung heißt nicht Rewilding. Das haben sie ja auch sehr deutlich gesagt. Renaturierung heißt nicht Betretungsverbot, sondern heißt tatsächlich, Ökosysteme so zu nutzen, dass sie ihre Funktionsfähigkeit behalten. Und die Kommission hat also gesagt, sie hat sich ganz viele Studien angeguckt und der niedrigste Wert, den sie gefunden hat, war, für einen investierten Euro kriegen wir acht Euro volkswirtschaftlich zurück an Bestäubungsleistungen, an sauberem Trinkwasser, an fruchtbaren Böden, you name it. Und das ist dann so ein Argument, wo dann auch so die konservativen Kolleginnen und Kollegen mal kurz innehalten, wobei ich diese Bezeichnung konservativ überhaupt nicht leiden kann. Weil wenn sie etwas bewahren wollen würden, dann müssten sie sich bei Artenvielfalt ein bisschen anders verhalten. Ja, da hat Ihre Partei, leider ist sie ein bisschen später gekommen, eigentlich hat sie den falschen Namen. Weil bewahren wollen wir ja eigentlich genau dieses. Also ich bin da völlig bei Ihnen. Wir haben ja eine ganze Reihe von Argumenten und Argumentationen so durch die Jahrzehnte probiert. Und natürlich kann man natürlich auch kritisch sehen, müssen wir so utilitaristisch daran gehen, müssen wir uns immer ein Euro und einen Wert sozusagen erst vorstellen, bis wir was schützen. Und ich fürchte, ja, das müssen wir. Man kann auch kritisieren, dass wir jetzt von der Menschenzeit sprechen, vom Anthropozän, ist das nicht wieder die Hybris des Menschen. Und wir müssen sagen, viele Menschen werden wir nur dann mitnehmen, wenn wir ihnen sagen, warum das ein wichtiger Verlust ist. Denn ich bekomme ganz häufig die Frage, was passiert denn jetzt, wenn in der Schweiz das Wiesnvögelchen verschwindet? Ja, da passiert erst mal natürlich gar nichts. Und andere fragen mich, ist das denn so schlimm, wenn wir jetzt die Stechenmücken nicht mehr haben? Dann stechen die mich auch nicht mehr. Natürlich, aber die Biomasse der Insekten, das haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden, ist eben nicht nur lästig auf der Windschutzscheibe von Autos, sondern sie ist eben da in den Sommermonaten, weil es die Ernährungsgrundlage für ganz, ganz viele Tiere ist. So, das würden die meisten Menschen aber nicht überzeugen. Die würden sagen, ja, das ist ja ganz schön, aber das betrifft ja nur die Zoologie. Okay, das interessiert dich jetzt, aber das ist für uns irrelevant. Und wir müssen natürlich schon vorrechnen und sagen, nein, das ist nicht irrelevant. Und deswegen fand ich Ivy West, der dann mal sich speziell mit Bestäuberdienstleistungen und Ökosystemdienstleistungen beschäftigt hat, das war, glaube ich, ganz wichtig, dass man da mal Zahlen verwenden kann. Und solche Zahlen und solche Studien gibt es jetzt sehr, sehr viel häufiger. Und der Dasgupta-Report vor ein paar Jahren hat das ja mal sehr gut zusammengefasst. Man muss vielleicht immer erst mal diese ökonomischen Auswirkungen sich vorrechnen lassen. Und das müssen wir eben auch bei den Pandemien machen, dass es uns eben jetzt so viel kostet, weil wir vorher an der falschen Stelle gespart haben. Und deswegen, ja, ich glaube, letztendlich kann es nur darum gehen, gerade weil wir ja insgesamt das Artensterben genauso wie den Klimawandel in Zusammenhang mit der Transformationsnotwendigkeit unserer Wirtschaftsweise sehen. Und da kommt es ja schon darauf an. Wo kann ich dann mehr erwirtschaften? Wird das alles brechen? Mir andere Wirtschaftszweige und Einnahmen weg? Wir transformieren die Gesellschaft. Da muss man aber auch sagen, was ist der Preis dafür? Und was bringt es uns an anderer Stelle? Und hier muss man auch sehr ehrlich sein und sagen, wir sitzen tatsächlich auf einem Ast, an dem wir sägen. Wenn wir unsere Ernährungsgrundlage und unsere Gesundheitsversorgung, wenn wir die gefährden, dann ist das schon ein Ast, an dem wir sägen. Und ich glaube, das wird vielen Menschen jetzt klarer, die vorher nicht gesehen haben, warum sie selber für ihr Leben eigentlich von Ökosystem, Dienstleistungen und funktionierenden Ökosystemen abhängig sind. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir von der Natur, von den Arten abhängig sind, das ist schon etwas, das wandelt sich. Ich bin übrigens überzeugt, dass wir leider in unserem christlichen Abendland, das da durch griechische Philosophie seit 2000 Jahren geprägt ist, dass wir da ein falsches Naturverständnis haben. Denn wir sind ja nach griechischem Leitbild ja immer so ein bisschen was wie Halbgötter, zu dem sich der Mensch da selber stilisiert hat. Und ich glaube, dass wir diesen Kontakt, diese Verbundenheit, dass wir selber eine Art sind, dass wir selber Teil der Natur sind, ich glaube, das hat sich zu sehr verloren in unserem Bewusstsein. Und wir denken alle, man könnte da mit Elon Musk und Astronautennahrung zum Mars fliegen und viel mehr Menschen sind bereit, dafür Milliarden ausgegeben zu sehen, als in die Erde und in die nicht nur Erforschung, aber auch in den Schutz der Biosphäre zu investieren. Und da haben wir unser Bild, es sagt, völlig verschoben. Und ich glaube, da muss ein anderes Naturbewusstsein uns auch wieder helfen, uns selber zu relokalisieren sozusagen. Ich scrolle hier gerade so ein bisschen durch das Fragendokument. Also mehrere Fragen beschäftigen sich mit Kipppunkten, die wir ja aus der Klimawissenschaft kennen. Also was weiß ich, der Kipppunkt Westantarktischer Eisschild ist schon durch. Und beim Kipppunkt Amazonas wissen wir es noch nicht so genau. Ich glaube, im Bereich der Biodiversität ist es schwieriger. Deswegen haben Sie ja auch gesagt, wir gehen jetzt nicht mehr auf die Ausstaberaten, sondern wir konzentrieren uns eher auf die Treiber. Also die Kipppunkte, das ist ein wunderbares Stichwort, weil es da zwei Antworten gibt. Die eine Antwort ist eine wissenschaftliche. Ich habe Kollegen, Stuart Pimm ist jemand in den USA, die bezweifeln, nicht nur, dass es in der Biologie solche benennbaren Kipppunkte gibt, sondern Sie wissen das vielleicht, dass auch das, was Roxtum und Schellenhuber, von dem stammt ja die Idee mit der Kipppunkte, dass auch das innerhalb der Wissenschaft, der Klimaforschung durchaus nicht eindeutig gesehen wird. Schellenhuber ist da jemand, der da sehr wortgewaltig sich diese Kipppunkte auch tatsächlich, diese Theorie auch weiterverfolgt und das auch propagiert, auch in wissenschaftlichen Papern. Aber ich kann nur so viel sagen, in der Biologie gibt es benannt oder benennbar diese Kipppunkte nicht. Das hängt damit zusammen, dass ein Kollege mal ganz scherzhaft das schön formuliert hat in Amerika. Der hat gesagt, Biology is a dirty science. Und das meint nicht, dass man sich die Hände schmutzig macht, anders als in der Physik. Das vielleicht auch. Da kann man auch ganz schön schmutzige Finger kriegen, genau. In der Biologie, das meint es aber nicht, sondern es ist eine andere, es ist eine in dieser Hinsicht sehr schwer kontrollierbare, was die Faktoren angeht, eben schon exakte, aber dann eben nicht so genau bemessbare Wissenschaft. Und soweit ich das sehe, mir sind eigentlich keine Kipppunkte in der Biologie bekannt, wo man sagen kann, wenn du bis dahin gehst, dann geht es nicht weiter. Aber was wir, glaube ich, inzwischen verstanden haben, ist, dass es auch nicht eine Eins-zu-eins-Übersetzung gibt. Man kann nicht die Frage beantworten, was passiert, wenn diese Art verschwindet. Das kann man in ganz wenigen Fällen überhaupt deutlich machen. Ein ganz prägnantes Beispiel ist bei der Räuber-Beute-Beziehung sehr deutlich zu benennen. Da gibt es gute ökologische Langzeitstudien, zum Beispiel vom nordamerikanischen pazifischen Seeotter. Das ist so ein Top-Predator, der frisst See, ich sage immer Seesterne, der frisst Seeigel. So, und diese Seeigel wiederum, die fressen den Kelbwald auf. Wenn der Top-Predator weggenommen wird durch die Pelzjagd und den Pelzhandel, hat man viele, viele Seeotter getötet, die Population verschwand und dann wuchs die Population der Seeigel auf und die hat die Kelbforste niedergemacht. Und das ist die Kinderstube, das ist eine der reichsten Ökosysteme an der pazifischen Küste. Das ist gleichzeitig ein Hochwasserüberflutungsschutz und so weiter. Heißt, wir wissen an einigen wenigen Stellen, dass der Top-Predator, also so ein hochstehender Säuger zum Beispiel in der Nahrungskette Auswirkungen auf die nächsten Glieder darunter hat. Wir können aber nicht bei jeder einzelnen Art genau sagen, was passiert. Und deswegen ist es sehr schwer mit diesen Kipppunkten als methodisches Instrumentarium zu achten. Und deswegen sind wir natürlich, was die Forschung angeht, gerade was, und das ist der Bereich funktioneller Biodiversitätsforschung, da sind wir insofern unterbelichtet, weil das etwas ist, Biodiversitätsforschung, die machen wir zwar schon seit vielen, vielen Jahren, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, aber dieser Begriff kommt ja erst seit 1988, existiert da erst so nach und nach ins Benehmen. Ich habe eine Professur für Biodiversität der Tiere, die hätte man so vor 20 Jahren gar nicht ausgeschrieben, weil es diesen Begriff etabliert in der Wissenschaft noch gar nicht gegeben hat. Und deswegen ist etwas ganz, ganz Wichtiges, die Zusammenarbeit von Systematikern und Ökologen das, was immer weniger wird, weil wir diese Bereiche, also systematischer Professuren, auch einer Ökologie-Professur gar nicht mehr fördern. Und hier fehlen uns tatsächlich die Forschungsinstrumente, auch die Leute, die das machen. Und deswegen wird es schwer, solche Kipppunkte in nächster Zukunft, in den nächsten Jahren genauer zu benennen, weil uns zur funktionellen Biodiversitätsforschung ganz, ganz viele Daten aus ganz vielen Bereichen überhaupt noch fehlen. Aber wir sehen Zusammenhänge. Die Zusammenhänge, die wir sehen, die sind alarmierend genug. Und deswegen, glaube ich, ist es völlig richtig zu sagen, wir müssen Flächen und Lebensräume schützen, auch wenn wir viele Details noch nicht kennen. So viel haben wir verstanden. Wenn der Treiber Lebensraumverlust ist, dann müssen wir Lebensräume schützen und das dient natürlich dann letztendlich auch dem Menschen und seiner Gesundheit wieder. Ich glaube, das ist unbestreitbar. Aber den Finger in die Wunde zu legen oder den Finger auf den Punkt zu legen, wo jetzt Kipppunkte erreicht sind, das ist, glaube ich, sehr schwer. Im Übrigen, wir sollten auch nicht immer so nach dem Testwagenprinzip mit der allerhöchsten möglichen Geschwindigkeit in die Kurve fahren. Und letztendlich versucht man bei Kipppunkten herauszufinden, bis zu welchem Punkt kann ich es ausreizen und erst danach kippt das Ökosystem. Ich glaube, wir merken jetzt schon, dass diese Systeme sehr fragil sind und eben jetzt schon brechen. Sehr unter Druck stehen. Ja, hier war eine Frage an mich, die ich nur ganz kurz beantworten will. Wie sind die Chancen, dass wir einen wirkungsvollen Vertrag bekommen bei der COP15? Ich bin da im Moment, muss ich bestehen, skeptisch, auch, weil es eben nicht die Wichtigkeit hat, die ich mir gewünscht hätte. Es wird kein Staats- und Regierungschef anreisen. Es wird nicht täglich darüber berichtet in den Medien. Jetzt im Auftrag, letzten Mittwoch kam mal was, aber ich bin zum Beispiel gefragt worden, wo, ich dachte, das wird schon wieder vorbei. Und das heißt, es ist eben noch nicht so prominent auch im allgemeinen Bewusstsein angekommen, wie es, glaube ich, jedenfalls nötig wäre, um einen starken Vertrag zu bekommen. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem alles versuchen werden, mit allen reden werden, der Kommission auf die Füße treten werden, damit sie das Mandat, was sie von den UmweltministerInnen der Europäischen Union bekommen hat, auch ernst nimmt, dass es eben keine Paperparks sind, weil es nützt überhaupt nichts, wenn wir 30 Prozent unter Schutz stellen. Und es ändert sich nichts, außer dass da dann auf der Landkarte steht, das wäre jetzt ein Naturschutzgebiet. Das hängt ein bisschen damit zusammen, was ich hier auch als hochgebotete Frage habe, wie viele Schutzgebiete wir denn in Deutschland hätten, welchen Anteil und ob Landschaftsschutzgebiete dazuzählen. Also Deutschland hat tatsächlich die Landschaftsschutzgebiete nach CDDA, also das ist so ein Rahmenwerk, nachdem eben Naturschutzgebiete oder auch Nationalparks gemeldet werden, hat die Landschaftsschutzgebiete nach CDDA gemeldet, aber es ergibt eigentlich keinen Sinn, weil viele Landschaftsschutzgebiete sind wirklich, weil da irgendwelche historischen Sichtachsen sind oder aus touristischen Gründen haben also mit Naturschutz erst mal sehr wenig zu tun. Ich glaube, an richtigen, echten, in Anführungszeichen, Naturschutzflächen sind es um die 30 Prozent, was aber dann auch nicht heißt, dass eine gar nicht ganz normal Landwirtschaft oder Fischerei stattfinden würde. Das heißt, im Endeffekt nützt es da nicht so wirklich viel. Aber in dem Zusammenhang habe ich eine sehr interessante Frage. Wie wirkt sich der ökologische Landbau aus, der ja offensichtlich mehr Landfläche zur Produktion in Anspruch nimmt für die gleiche Menge Ernte auf die Artenvielfalt? Also das ist auch eine Argumentation, die wir ganz oft hören. Ihr Grünen, ihr wollt Ökolandbau, aber dann brauchen wir ja viel mehr Fläche und deswegen ist das schlechter. Ja, also ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist. Ich will da gleich dazu sagen, um damit zu beginnen, ich kann sie gar nicht beantworten. Erstens, ich bin kein Spezialist dafür. Ich glaube aber auch nach dem, was ich so an Forschung und PEPERN dazu wahrnehme, ist, dass man durchaus zeigen kann, dass das langfristig gar kein Verlustgeschäft sein muss. Und dann muss man natürlich sagen, wenn wir sehen, dass Artenvielfalt verloren geht, dann ist das nicht der Preis, den wir bezahlen wollen, zu sagen, wir wollen 100 Prozent größere Industrialisierung unserer Landwirtschaft, sondern wir müssen dann eben auch sagen, da müssen wir die Kirche im Dorf lassen und tatsächlich auch mal uns ein bisschen die Fakten angucken. Deutschland ist, das betrifft übrigens genauso die Energie, wie die Ernährung. Deutschland ist, was das angeht, ein Importland. Wir können die deutsche Bevölkerung auf der Fläche, die wir in Deutschland haben, das sind ungefähr 80 Millionen Menschen, wir können sie und ein Großteil unserer Importe sind eben das Nahrungsmittel von außen tatsächlich nach Deutschland gebracht werden. Wir können unsere heimische Bevölkerung mit dem, was bei uns produziert wird, nicht selber ernähren. Das heißt, wir importieren Energie und wir importieren auch ganz, ganz viel Obst und Gemüse und vieles andere. Wenn Sie mal einkaufen gehen und gucken, was Sie in Ihren Einkaufskorb packen, dann kommt das aus Spanien, aus der Türkei, irgendwo anders her, häufig aus der EU oder auch noch woanders her. Das sind alle diese Dinge, die wir nicht in Deutschland produzieren. Die stammen aus holländischen Gewächshauskulturen oder aus spanischen Plantagen und Ähnliches. Das heißt, viele der Dinge, die wir tatsächlich weltweit produzieren, werden woanders hin transportiert. Und es ist natürlich ein Unfug, wenn man jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dem Verteilungsproblem, was wir bei Getreide hatten, sagt, jetzt wollen wir uns aber dieses mühsam errungene Programm, dass wir Streifen der Ackerländer, dass wir die nicht mehr unter den Flug nehmen, das müssen wir sofort wieder zurückdrehen. Das war ja etwas, was die EU erreicht hat, aber was bei ihren Kollegen nicht überall sehr gerne angenommen worden ist. und die erstbeste Gelegenheit, die sich geboten hat, da hat man dann gefordert, ja, das müssten wir jetzt sein lassen, weil Deutschland müsste jetzt den Hunger in Afrika und woanders bekämpfen. Und das ist natürlich ein großer Unfug, wenn man sich die Zahlen anguckt. Da stellt man fest, ein Drittel unserer Lebensmittel werfen wir weg. Also ich glaube nicht, dass wir uns nicht ernähren könnten auf der eigenen Fläche. Nein, wir könnten uns tatsächlich nicht ernähren, aber Deutschland trägt auch nichts dazu bei, dass das irgendeinen Faktor hätte. Wir können nicht Afrika, Äthiopien oder Libyen oder Ägypten ernähren, wenn in Ukraine die Getreideladung plötzlich nicht mehr das Land verlassen können. Das bedeutet, wenn jetzt hier gefordert wird, wir müssten jetzt etwas zur Welternährung beitragen, dann ist das komplett außerhalb der Größenordnung, in denen wir selber Getreide importieren oder andere Nahrungsmittel importieren beziehungsweise in der Lage sind, in anderen Weltregionen etwas zur Vermeidung von Hunger beizutragen. Und so traurig und schlimm... Wenn wir nur noch die Hälfte an Fleisch essen, macht das schon was, oder? Ja, das natürlich auf alle Fälle. Nur man muss heute mal gucken. Ich meine, was wir natürlich auch uns vor Augen führen müssen, bisher, und wir reden jetzt über die letzten Jahrzehnte, das geht zurück in die 50er, 60er Jahre, seit die Weltbevölkerung aufgewachsen ist, kann die Zunahme der Weltbevölkerung oder anders ausgedrückt, kann die Zunahme der Nahrungsmittelproduktion mit der Zunahme der Weltbevölkerung Schritt halten. Niemand auf der Erde müsste tatsächlich Hunger leiden. Was wir haben, Sie haben es schon gesagt, ist ein Verteilungsproblem. Das hat Ukraine jetzt zum Beispiel gezeigt. Wir haben ein Verteilungsproblem und wir haben das Problem, dass wir zwei Drittel dieser produzierten Nahrung verloren gehen. Ein Drittel auf dem Weg vom Acker bis zum Markt und dann nochmal vom Markt bis zum Teller. Das heißt, wir gehen mit unseren produzierten Nahrungsmitteln überhaupt nicht effektiv um. Das ist das eine. Und wir in Deutschland, wir sollten tatsächlich auf diesen ökologischen Landbau sehr, sehr viel stärker gucken, weil wir nämlich nicht nur gucken müssen, ist das effektiv produziert, sondern das Motiv dafür muss sein, ist das mit einer Wirtschaftsweise produziert, die verhindert, dass wir die Artenvielfalt verlieren. Und das muss, das wird dann teurer sein, es wird vielleicht an einigen Stellen auch weniger sein, aber das muss das Motiv sein und es kann nicht dieses unendliche, immer billiger, mehr Nahrungsmittel zu produzieren. Wenn man sieht, was das in Deutschland für eine Bilanz hat, verglichen mit den weltweiten Zahlen, dann müssen wir sagen, spielen wir hier sowieso eine vergleichsweise geringe Rolle. Da muss man die Zahlen sich immer wieder ein bisschen vor Augen führen. Und vielleicht noch ein letzter Satz, was die Zahlen angeht. Sie hatten gerade die Paperparks erwähnt und auch Deutschland. Da müssen wir uns auch nochmal wieder die Karten legen. Wir fordern jetzt gerade EU-weit 30 Prozent der Erdoberfläche durch eine Schutzgebietsklausel sozusagen der Natur zurückzugeben. In Deutschland gibt es 0,6 Prozent der Staatsfläche, die einen strengen Naturschutz haben. Das sind nämlich die Nationalparks. Und selbst in den Nationalparks, neben dem Sie das Wattenmeer, da darf man, wir machen das jetzt gerade zum Beispiel Elbschlamm verklappen und Ähnliches. Wir dürfen in jedem Naturschutzgebiet weiterhin Landwirtschaft betreiben und wir dürfen auch Forstwirtschaft betreiben. Sie dürfen da mit einem Harvester reinfahren, den Boden verdichten und anderes machen. Gucken Sie sich afrikanische Länder an, da reden wir in Botswana, Namibia, Tansania über Größenordnung von 30 bis 40 Prozent der Landesfläche, die unter einem ähnlich starken Schutz stehen, dass sie da kaum etwas dürfen, wie bei uns in den Nationalpark auf 0,6 Prozent der Fläche. Und jetzt gehen wir als Deutsche auf so eine internationale Tagung mit 0,6 Prozent Naturschutz, Pardon, Nationalparks in der Hinterhand und sagen, ihr, und dann eben auch noch Schwellen oder Drittweltländer, also Länder des globalen Südens und sagen, und bei euch ist die Artenvielfalt und ihr möchtet doch bitte 30 Prozent eurer Fläche schützen. Wir übrigens wollen noch nicht mal ökologischen Landbau betreiben. Da passt überhaupt nichts mehr zusammen, finde ich. Ja, das kann ich bestätigen und wir haben auch sehr stark dazu gedroht, dafür uns eingesetzt, dass wir sagen, wir müssen auch die Indigenen beteiligen, verdammt noch mal, weil da, wo Indigenen Völker leben, ist eigentlich die Artenvielfalt meist besser geschützt, als da, wo eben die Industrialisierung zugeschlagen hat und insofern sollten wir uns eigentlich von dem beraten lassen, statt irgendwie umgekehrt so aufzutreten, als wir diejenigen Geradschläge geben können. Es ist viel, viel schneller neun geworden, als ich mir das vorgestellt hatte und wir sind leider auch nicht ganz mit den Fragen durchgekommen, das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich will aber eine noch reinnehmen, wenn wir noch einen kleinen Moment haben und zwar ist die von, ich hoffe, dass es wirklich der wunderbare Paul Dörfler ist, der ganz tolle Bücher schreibt, der schreibt, ist der Überkonsum der Reichen, denn da auf Kosten der weltweiten Ökosysteme nicht viel schwerwiegender als die Zunahme der Weltbevölkerung. Das ist ja zumindest bei der Erderhitzung so, ein Prozent der Menschen verursachen 15 Prozent der Treibhausgase und das könnte ich mir vorstellen, Sprichwort Fleischkonsum und so weiter, dass sich das hier ähnlich verhält, oder? Ja, Rainer Klingholz hat das ganz wunderbar in einem seiner letzten Bücher gesagt, er war nicht nur Journalist, sondern nachher auch langjähriger Leiter des Berliner Instituts für Bevölkerung, der hat in seinem letzten Buch von einer doppelten Überbevölkerung auf der Erde gesprochen, er hat gesagt, es gibt einmal die große Zahl, die reine Zahl der Menschen im globalen Süden, die einfach deutlich noch höher ist, als das eben bei uns ist und die zweite Überbevölkerung, die besteht nicht in der reinen Zahl, sondern in den Konsumeigenschaften im globalen Norden, das sind zwar weniger an reiner Zahl, aber sie konsumieren oder verbrauchen sehr, sehr viel mehr Ressourcen, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass es ja unsere Konsumeigenschaften und unsere Märkte sind, die Palmöl überall einsetzen, die dafür verantwortlich sind, dass im globalen Süden so viel Biodiversität über diesen Landverbrauch tatsächlich vernichtet wird, dann müssen wir sagen, vergleichsweise wenige im globalen Norden sind möglicherweise noch fataler, was sozusagen ökologische Prozesse auf der Erde angeht, als die Menschen, die in reiner Zahl deutlich weniger hohe Konsum- und Ressourcenansprüche haben und deswegen, ja, es gibt zwei Arten von Überbevölkerung, beides wirkt aber negativerweise zusammen und ich glaube, das werden Sie aber ab morgen auf der Konferenz sicherlich sehr viel mehr merken, ich glaube, dass wir bereit sein müssen, da wir mehr konsumieren, mehr Ressourcen verbrauchen, obwohl wir weniger sind, aber auch mehr Flexibilität in finanzieller Hinsicht haben, denken Sie an die Milliarden, die plötzlich locker gemacht wurden für Corona, was wir ja anders hätten verhindern können, dass wir tatsächlich mit großer Berechtigung uns auf diese Debatte einlassen müssen, wie wir bereit sind, die Biodiversität im globalen Süden zu schützen und da werden wir einen Ausgleich herstellen müssen und es muss diese Diskussion geben, die hat es, ich glaube, in nicht ganz hinreichender und hinlänglicher Ausmaß bei der Klimadebatte schon gegeben und die muss es jetzt auch, wenn es um Biodiversität geht, die muss es hier auch geben, weil wir verlieren natürlich selber auch sehr, sehr viel, wenn wir Biodiversität in anderen Ländern verlieren, weil all das greift ineinander. Genau und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, das war jetzt eine ganz, ganz tolle Stunde. Ich werde es mir auch garantiert nochmal anschauen, weil ich mir nicht alles habe merken können und ja, ich würde mir wünschen, dass auch diejenigen, die glauben, dass man auf Biodiversität verzichten kann, sich einfach mal die wissenschaftlichen Grundlagen zu Gemüte führen und ja, es ist ja die planetare Grenze, die am weitesten überschritten ist, wenn man so dieser Darstellung folgt und wir werden auf europäischer Ebene jetzt zumindest mal, wir stehen ja ganz am Anfang und fangen jetzt mit den Verhandlungen im Parlament an, dann wird vermutlich im Juni werden wir im Parlament unsere Position abstimmen für das Renaturierungsgesetz und dann fangen die Verhandlungen mit dem Rat der Mitgliedstaaten an und die Signale, die wir von dort bekommen, sind jetzt auch nicht so überwältigend toll, weil die natürlich immer sagen, das können wir uns nicht leisten und wir haben nicht genug Platz und was sollen unsere Bauern Schrägstrich Fischer, Schrägstrich Forstwirte, Schrägstrich you name it, also es gibt immer irgendjemand, der mit dem Land was viel Besseres anfangen könnte und das sind harte Debatten, denen wir uns stellen müssen und ich glaube, am Ende des Tages wird es auch darauf rauslaufen, wie Sie gesagt haben, was steht auf der anderen Seite, wie kann man auch für Entschädigungen sorgen oder wer muss auch dafür herangezogen werden, denn wir werden das nicht alles allein mit staatlichem Geld lösen können, zumindest nicht so, wie das im Moment strukturiert ist. Ich bin ja ein großer Fan des Polluter Case Prinzipien, also der Verschmutzer zahlt, sprich, wenn ich irgendwo eine Miene aufmache, dann muss ich auch eine Kompensationsleistung auch realiter, nicht nur irgendwelche Ökopunkte, die dann auf irgendwelche Konten verschimmeln, sondern tatsächlich realiter, ein Ökosystem verbessern, möglichst in der direkten Umgebung. Ja, jetzt habe ich selber noch mal ganz viel geredet. Ich muss mich sehr, sehr herzlich bedanken, ganz, ganz toll, dass Sie bei uns waren und auch ganz toll, dass so viele Menschen wirklich bis zum Ende jetzt hier durchgehalten haben. Wie gesagt, das ist aufgezeichnet, man kann es also auch im Nachgang noch mal anschauen, ihr könnt auch sehr, sehr gerne an Freunden und Freunden, Nachbarinnen und Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen erzählen, was für einen super Vortrag Herr Professor Glaubrecht hier gehalten hat und wenn jetzt noch mal speziell Fragen sind zu dem, was wir europäisch machen, gerne eine E-Mail schicken, dann versuchen wir das zu beantworten. Dann, nein, es war noch nicht mein letztes Webinar für dieses Jahr, aber vielleicht waren einige das letzte Mal dabei, denen wünsche ich schon mal eine schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Ganz herzlichen Dank. Tschüss und vielen Dank ans Team im Hintergrund, sorry, hätte ich fast vergessen, für die Orga und das Kümmer. Danke, tschüss.